Ich habe Jule Brandt getroffen und ihr eine sehr wichtige Frage stellt. Jule ist Nationalspielerin für Deutschland und natürlich haben wir erstmal ein paar Challenges gemacht. Unter anderem die berühmte Zucki-Challenge. Danach gab es noch eine Reaktions-Challenge. Müsst ihr auch mal ausprobieren, macht richtig Bock. Wir sind hier auf der Kinderfußballtour von VW und jetzt geht es ums Schießen. Eigentlich ja nicht so meine Stärke, aber wir haben beide getroffen. Dieses Jahr ist ja die EM in Deutschland. Jule Brandt hat fußballerisch schon richtig viel erreicht und deswegen habe ich sie folgendes gefragt. Wie fühlt es sich an, fürs eigene Land zu spielen? Es ist sehr besonders, gerade wenn man auch dann die Hymne hört. Da realisiert man erstmal, okay krass, jetzt spielt man fürs Land. Auf welches EM-Spiel bleibt Jule in Erinnerung? Das Halbfinale gegen Frankreich bei der EM. Wie ist es denn bei euch, Freunde? Freut ihr euch schon auf die EM dieses Jahr?